Nadem Amiri, Bayer 04, Leverkusen. Ich glaube, ich bin sehr gut angekommen. Viele Spieler brauchen mal ein halbes Jahr, um erst anzukommen. Bei manchen geht es schneller. Ich glaube, ich war im Fall, dass es schneller ging. Ich habe mich gut integriert. Der Verein, die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, die Fans. Ich bin jetzt einfach überglücklich. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, zu Leverkusen zu kommen. Man sieht einfach in meinem Spiel, dass ich oft einfach spiele, gute Lösungen finde, schnelle Lösungen. Vorher bin ich vielleicht noch in zwei, drei Spiele reingerannt. Oder wollte dann nochmal da den Traumpass spielen und dann da nochmal jemand tunnen. Man sieht einfach, dass ich jetzt einfach konstant gut spiele. Und natürlich gibt es mal Spiele, wo es nicht so läuft. Aber dann ist jetzt einfach meine Stärke wieder geworden. Konstant zu bleiben, dann die Woche drauf oder drei Tage später wieder gut zu spielen. Ja, ich hoffe, dass es einfach jetzt bald einfach wieder losgeht, dass wir im Bundesliga spielen können. Dann haben die Zuschauer auch, die Fans wieder, sag ich mal was zu tun und können vor dem Fernseher sitzen und im Bundesliga schauen. Aber natürlich hoffe ich, dass es dieses Jahr einen Titel gibt, weil wir sind alle drei Wettbewerben noch gut dabei. Und es ist noch alles möglich. Vielen Dank. Vielen Dank.